Hallo Tayo! Klicken Sie sich hier, um sich anzumelden! Hallo! Oh, na hallo Kinder! Die Babyautos sind so süß! Oh, sie schlafen wohl. Mhm, sie sind eingeschlafen. Es ist wirklich erstaunlich, dass du drei Autos auf einmal kriegst. Es ist nichts Besonderes. Was? Sagtest du drei? Ja, drei. Ja, zwei oben und eins unten. Das sind drei, oder? Nein, das kann nicht sein. Ist es nicht gefährlich, mit offener Ladeklappe herumzufahren? Was? Oh, da war das also! Was ist denn los, Carrie? Es ist was Schreckliches passiert. Ich muss ihn finden. Es ist ein schöner Morgen. Tayo fährt schnell und mit Freude am Flussufer entlang. Oh, wunderschön! Wow! Immer wenn ich an der Flussstraße entlangfahre, fühle ich mich so toll! Dort fährt Carrie über die Brücke. Carrie ist ein Autotransportwagen und transportiert vier junge Fahrzeuge. Das ist der Babybus namens Bongbong, der mit den anderen Babyautos tief schläft. Die kleinen Schätzchen. Sie schlafen alle gut. Alles okay? Ja, ich glaube schon. Oh, arme Babys. Hat euch das Angst gemacht, nicht wahr? Alles okay. Oh, alles okay. Das tut mir so leid. Schon okay. Ich fahr da mal los. Jetzt ist alles okay, Kinder. Ich sagte, es ist okay. Oh nein. Carrie hat wohl nicht gemerkt, dass sie den Babybus zurückgelassen hat. Wow, ich fühle mich toll. Oh, warum hat der kleine Bus angehalten? Stimmt etwas nicht? Hallo, alles in Ordnung mit dir? Er schläft? Hey, aufwachen. Du kannst hier nicht schlafen. Es ist gefährlich, auf der Straße zu schlafen. Na los, beweg dich. Also, ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Tayo. Wie heißt du? Tayo? Ich heiße Bongbong. Bongbong? Ein süßer Name. Bist du zum ersten Mal in dieser Gegend? Heute ist mein freier Tag. Wie wär's mit deiner Stadtführung? Wirklich? Ja, bitte, bitte. Gut, mir war sowieso langweilig. Los geht's. Tayo hat heute frei, oder? Ja. Ich frage mich, was Tayo gerade macht. Hm, ich auch. Hä? Was? Lani, sieh mal dort. Meine Güte, Babyautos. Die sind so niedlich. Gani, wir sehen uns das mal genauer an. Mhm. Hallo. Oh, na hallo, Kinder. Die Babyautos sind so süß. Oh, sie schlafen wohl. Mhm. Sie sind eingeschlafen. Es ist wirklich erstaunlich, dass du drei Autos auf einmal kriegst. Es ist nichts Besonderes. Was? Sagtest du drei? Ja, drei. Ja, zwei oben und eins unten. Das sind drei, oder? Nein, das kann nicht sein. Ist es nicht gefährlich, mit offener Ladeklappe herumzufahren? Was? Oh, da war das also. Was ist denn los, Carrie? Es ist was Schreckliches passiert. Ich muss ihn finden. Wow. Das ist die Stadt. Gefällt sie dir? Riesig, nicht wahr? Die Ampel ist gelb. Wir müssen anhalten. Nein, Bonbon, stopp! Bonbon! Die Ampel ist rot. Warum hast du nicht angehalten? Tut mir leid. Das wusste ich doch nicht. Das wusstest du nicht? Du kennst die Verkehrsregeln gar nicht, oder? Verkehrsregeln? Was ist das? Ah, deshalb. Rote Ampel bedeutet anhalten. Verstanden? Gut. Ich bringe dir die Verkehrsregeln bei. Folge mir. Okay, verstanden. Tayo brachte Bonbon die Verkehrsregeln mit Vergnügen bei und führte ihn durch die Stadt. Komm schon. Jetzt hast du's. Toll gemacht. Hey, Bonbon, du machst das gut. Ich bin gut. Bonbon, wollen wir jetzt zum Busdepot fahren? Zum Busdepot? Ja, dort kann man viele Freunde treffen. Mit denen macht das Spielen. Viel Spaß. Wow, ja, da will ich hin. Gut, los geht's. Okay. Das wird echt toll. Wie aufregend. Tayo, der kleine Bus. Bonbon. Bonbon, wo bist du? Oh, oh nein, hier ist er auch nicht. Wo könnte es sein? Das Busdepot ist, wo wir wohnen, Bonbon. Wow. Was meinst du, gefällt es dir? Ja, es ist toll. Wow. Die anderen Busse müssten bald hier sein. Oh, schau, da sind sie ja. Wir sind zurück. Hallo allerseits. Hallöchen. Oh. Was? Tayo. Hallo. 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 Sag mal, wer ist das denn? Ich hab ihn auf der Schnellstraße getroffen. Ich dachte, es würde Spaß machen, ihn ins Depot zu bringen. Okay, Bonbon, lass uns spielen. Wow, das klingt super. Oh, oh, Bonbon, wo bist du? Hey, ist das nicht Carrie? Oh, oh. Carrie. Oh, oh, siehst du. Lange nicht gesehen. Was machst du denn hier? Einer der Babybusse, den ich heute transportierte, ist verschwunden. Was? Ich habe überall gesucht, aber ich kann ihn nicht finden. Ich fahre zur Polizei. Okay, Carrie. Oh, oh. Carrie, alles okay? Du siehst wirklich müde aus. Ja, es ist eine Weile her, seit ich getankt habe. So geht das nicht, Carrie. Wir fahren zum Busdepot und tanken dich ordentlich auf. Aber ich muss mich beeilen und Bonbon finden. Ja, aber was ist, wenn dir auch etwas passiert? Wir tanken dich zuerst auf, okay? Okay. Okay, mir nach. Gut. Ich bin ein Geisterwagen. Bonbon will es versuchen. Bonbon kann es auch. Was ist das? Wann habe ich das gemacht? Was? Er macht es viel besser als du. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Klingt genau wie er. Wow, Bonbon kann das wirklich gut. Bonbon ist gut. Bonbon kann alles nachahmen. Wirklich? Kannst du das denn? Bonbon kann das auch. Bonbon, du bist der Beste. Ich denke, du bist besser als Tayo. Hallo, Kinder. Hat es euch allen Spaß gemacht? Ja. Gut. Aber jetzt wird es gleich dunkel. Bonbon, du musst auch nach Hause, oder? Nach Hause? Ja. Musst du jetzt nicht nach Hause? Carrie ist diejenige, die mich nach Hause bringt. Carrie? Carrie? Wer ist denn Carrie? Wo ist sie jetzt? Ähm, 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 ähm... Oh, da ist sie ja! Bonbon! Carrie, Carrie, du bist hier! Bonbon, ich habe dich überall gesucht! Oh! Ah, das ist also passiert! Das macht durchaus Sinn! Es tut mir leid, ich hatte keine Ahnung! Bonbon! Keine Ursache! Es ist meine Schuld! Ich habe ihn verloren! Danke, dass du dich so gut um Bonbon gekümmert hast! Keine Ursache! Nun, wir machen uns jetzt auf den Weg! Bonbon, einsteigen! Oh, warum nicht Bonbon? Bonbon, komm mit! Nein, nein, ich möchte hierbleiben und spielen! Bonbon! Bonbon! Ha, 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 ha! Also Bonbon muss euch alle wirklich gern haben, nicht? Bonbon! Das reicht jetzt aber! Steig ein! Ich will nicht! Du musst ihn nicht transportieren! Was? Bonbon! Bonbon! Du bist jetzt gut genug, um alleine zu fahren, oder? Ha, das stimmt! Bonbon kann nicht alleine fahren! Hm, also gut, Bonbon! Zeig mal, Carrie, alles, was du kannst! Oh! Bonbon kennt sogar die Verkehrsregeln! Wenn du Carrie zeigst, wie gut du bist, dann kannst du uns jederzeit besuchen kommen! Oh! Ja! Oh! Gut! Also los dann! Oh! Oh! Okay! Oh! Danke, Tayo! Nichts zu danken! Beeil dich, Carrie! Okay, okay! Tschüss, Carrie! Tschüss, Bonbon! Bonbon! Gute Reise! Okay, bis bald! Gut, dass sich Bonbon und Carrie gefunden haben! Die kleinen Busse und Bonbon hatten einen wunderschönen Tag zusammen! Toto und Bonbon! Da kommt der Abschleppwagen Toto von der Arbeit zurück! Oh je, heute hatte ich ganz schön viel zu tun! Toto! Tayo! Wo fährst du heute hin? Ähm, zum Spielplatz! Willst du vielleicht mitkommen? Äh, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich etwas müde. Ach, komm schon! Das wird Spaß machen! Ähm, okay! Oh, Tayo ist da! Wow! Ich wusste nicht, dass du hier bist, Bonbon! Was? Oh! Wer ist denn das? Oh! Das ist mein Freund Toto! Schön, dich kennenzulernen! Hallo! Toto! Komm, spiel mit mir! Ähm, na gut! Will und Tayo, wir können zusammen fangspielen, Toto! Was? Oh, oh! Oh, anhalt! Oh, was? Ihr habt ohne mich angefangen zu spielen? Oh! Hahaha! Hahaha! Hä? Hahaha! Hahaha! Mir ist schwindelig! Haha! Ich hab dich! Das heißt, Bonbon ist jetzt dran! Moment mal! Warum spielst Toto nicht mit? Oh! Also, es sieht ein bisschen gefährlich aus. Toto, wollen wir was anderes machen? Ja! Ja! Ich zeige euch etwas Lustiges! Schaut mal! Brrrr! Hahaha! Wie machst du das, Bonbon? Das geht einfach so! Brrrr! So? Brrrr! 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 Es ist so laut! Diese Babyautos sind so laut! Ich glaube nicht, dass ich mit denen gut auskommen werde! Brrrr! Am folgenden Tag ist Toto auf dem Weg zur Schule! Ich muss jetzt schnell in die Schule! Toto! Wo fährst du hin? Oh! Es ist Bonbon! Hallo! Was ist das auf deinem Rücken? Oh! Ja, also damit ziehe ich die kaputten Autos! Wirklich? Ich will auch mitfahren! Lass mich raus! Nein! Das geht nicht! Es ist nur für die Autos, die eine Panne haben! Oh! Nur einmal! Oh! Das ist aber komisch! Nein! Es steckt fest! Was mache ich denn bloß? Ich muss bald zur Schule! Okay! Zuerst fahren wir zur Schule und nach dem Unterricht müssen wir zur Werkstatt! Okay! Der Unterricht fängt gleich an! Teach überprüft die Anwesenheit! Rogi? Hier! Gani? Hier! Tayo? Hier! Toto? Hier! Was? Bonbon ist auch da! Oh! Bonbon! Warum bist du in der Schule? Meine Abschleppstange ist kaputt, also musste ich ihn leider mitbringen! Oh! Wirklich? Bonbon! Du musst mir versprechen, während des Unterrichts ruhig zu bleiben! Verstanden? Ja, Frau Teach! Heute werden wir etwas über unsere Stadt erfahren! Es gibt viele verschiedene Gebäude in unserer Stadt! Was ist das für ein Ort? Das ist ein Krankenhaus! Richtig! Toto? Was ist ein Krankenhaus? Dort werden kranke Menschen geheilt! Oh! Es ist eine Werkstatt! Das ist für Autos und dieser Ort ist... Das ist die Feuerwache! Toto? Was ist das für ein Ort? Dort werden die Feuerwehrautos losgeschickt! Losgeschickt? Was meinst du damit? Also sie fahren mit Sirenen los! Oh! Was ist denn eine Sirene? Eine Sirene ist eine Sirene! Hä? Oh je! Toto! Du musst im Unterricht still sein! Es... Es tut mir leid! Bonbon! Du hast mich gerade in Schwierigkeiten gebracht! Du musst jetzt aber wirklich leise sein! Okay! Als nächstes sehen wir uns diesen Ort hier drüben an! Was ist das? Oh! Ein Kino! Dort kann man sich Filme ansehen! Hm! Stimmt! Das hast du richtig erkannt! Oh! Was? Was ist das für ein Geräusch? Toto! Hast du gerade gepupst? Nein! Hab ich nicht! Ich war das nicht! Toto! Oh! Das ist... Es ist alles Bonbons schuld! Nach dem Unterricht muss ich sofort zur Werkstatt fahren! Tajo! Der kleine Bus! Hana! Hana! Toto! Was ist los? Meine Abschleppstange muss repariert werden! Die ist kaputt! Hana ist auf Reparatur unterwegs und kommt erst heute Abend wieder! Was? Oh nein! Oh! Wo ist Centajo? Äh... Er ist mit seinen Freunden auf dem Spielplatz! Wirklich? Toto! Bang Bang will auf den Spielplatz! Nein! Wir können nicht gehen! Wir müssen hier auf Hana warten! Oh nein! Nein! Ich will aber zum Spielplatz! Meine Güte! Aber nur für einen Moment, okay? Ja! Oh! Juhu! Ja! Er macht noch viel Spaß! Tajo! Ich will es nochmal machen! Wow! Ich will auch die Rutsche runterrutschen! Nein, Bonbon! Es ist gefährlich, so die Rutsche runterzufahren! Na sowas! Dann spielen wir fangen! Nein! Das geht nicht! Verstecken? Nein! Ein Rennen! Nein! Du bist so gemein! Willst du sie sehen? Die Rutsche runterrutschen! Die Rutsche runterrutschen! Toto weiß alles! Toto weiß alles! Du bist ja super schlau! Superschlau? Ja! Ja! Ich werde auch so klug wie Toto sein, wenn ich groß bin! Was? Was? Du willst so sein wie ich? Haha! Oh! Toto, was ist los? Mir geht plötzlich die Energie aus! Ich glaube, mein Tank ist fast leer! Ich muss bald auftanken! Wirklich? Ich sehe hier keine Tankstelle in der Nähe! Ich halte besser nicht mitten auf der Hauptstraße! Oh nein! Oh! Ich kenne eine Tankstelle! Ich war schon mal mit Carrie dort! Wirklich? Wo geht's lang? Äh, da lang! Okay, verstanden! So ermüdend! Mein Motor geht bald aus! Toto, halte durch! Nur noch ein wenig weiter! Fahren wir! Toto, fahren wir! Bongbong! Okay, nur noch ein wenig weiter! Oh! Ladestation! Toto und Bongbong kommen sicher an der Tankstelle an! Ohne dich hätte ich tatsächlich mitten auf der Straße eine Panne gehabt! Danke, Bongbong! Gar kein Problem! Toto war großartig! Ihr scheint euch sehr nahe zu stehen! Zusammen sieht ihr sehr gut aus! Wirklich? Bongbong und ich sehen gut zusammen aus? Ich wollte mich vorhin unbedingt lösen! Toto, du hast fertig getankt! Oh, okay! Machen wir! Hana kommt abends zurück! Da! Bongbong, kannst du bitte langsam runterkommen? Okay! Toto, sieh mich an! Ich kann mich jetzt frei bewegen! Das freut mich! Toto! Ja? Du bist bestimmt sehr müde! Ich sah Bongbong vorhin jammern! Es muss wohl sehr schwer sein! Bist du froh, weil du jetzt endlich nicht mehr mit Bongbong zusammenstecken musst? Oh, also eigentlich... Okay, Bongbong muss jetzt gleich nach Hause! Ich rufe Carrie an, damit sie dich abholt, gut? Warte! Hä? Ich fahre ihn gern nach Hause! Bist du nicht müde? Du hast dich den ganzen Tag um ihn gekümmert! Bist du sicher? Mir geht's gut, keine Sorge! Bongbong, lass uns losfahren! Okay! Seit wann sind die beiden denn so gut befreundet? Ich weiß nicht! Oh! Toto, bist du müde? Es ist wegen Bongbong, oder? Nein, dank dir hatte ich so viel Spaß! Lieber Bongbong, es war großartig! Wirklich? Ja, wirklich! Ich hatte auch sehr viel Spaß mit meinem Freund Toto! Ah! Von jetzt an sind wir gute Freunde! Natürlich! Obwohl Bongbong und Toto nicht mehr miteinander verbunden sind, ist ihre Freundschaft stärker denn je! Das perfekte Duo! Rucki und Pet! Tayo ist fröhlich unterwegs! Hier ist die Haltestelle! Oh! Was ist denn da los? Meine Güte! Oh! Wer zum Kuckuck war das? Ich kann wegen der Kritzeleien die Busstrecke nicht sehen! Ah! Woher sollen wir wissen, mit welchem Bus wir fahren sollen? Wer kritzelt denn über die Busstrecken? Das ist so nervig! Oh! Willkommen im Bus! Oh! 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 Hallo, Pet! Rucki! Oh, hallo! Was ist denn hier los? Hm! Jemand kritzelt neuerdings über die Busstrecken! Deshalb untersuchen wir die Situation! Ah! Verstehe! Das muss anstrengend sein! Tayo! Wenn du jemanden kritzeln siehst, sagst der Polizei! Jawohl, Rucki! Dann fahre ich jetzt! Hm! Bis bald! Also! Fangen wir mit der Ermittlung an! Wo fangen wir an? Kannst du Hinweise finden, Rucki? Nein! Keine Besonderheiten! Einen Moment mal! Hm! Hä? Ja, das ist es! Sieh dir das an, Pat! Hä? Wenn wir die Informationen des Vorfalls hier eingeben, können wir den nächsten Tatort vorhersagen! Ha! Der nächste Tatort müsste an Haltestelle Nummer 8 sein! Ich vertraue Computern nicht sehr gerne! Sorgfältige Untersuchung ist die beste Methode! Na dann, los geht's! Ha! Okay, okay! Ha! Um den Verbrecher zu finden, suchten Rucki und Pat den ganzen Tag! Ha! Wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden! Wir hätten auf den Computer hören und an Haltestelle Nummer 8 warten sollen! Eine Ermittlung dauert in der Regel einige Zeit! Ha! Das sagst du doch immer! Hä? Der Verbrecher wurde an der Haltestelle Nummer 8 gesichtet! Sofort dort melden! Was habe ich dir gesagt, Pat? Ich hatte von Anfang an recht! Was? Wir müssen schneller fahren! Hm! Mal sehen! Ha! Pat! Hier links abbiegen! Ich glaube, so geht es schneller! Vertrau mir! Ich kenne die Straßen hier! Besser als jeder andere! Aber... Ich kenne den Weg! Ja, 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 okay! Wow! Oh nein! Hier wird gerade gebaut! Was habe ich dir gesagt? Die Navigation war richtig! Fahren wir zurück! Ja, gut! Wann kommen Sie? Oh! Ah! Wo ist der Verbrecher? Warum kommen Sie so spät? Er ist vor ein paar Minuten geflohen! Oh! Es tut mir leid! Ach! In dieser Nacht versammelten sich alle kleinen Busse im Busdepot! Habt ihr das Gekritzel an den Haltestellen gesehen? Ja, haben wir! Fang bloß nicht damit an! Das hat mir heute Schwierigkeiten bereitet! Ja, das stimmt! Viele der Passagiere sind angeht, für die falschen Busse gestiegen! Ja, aber dacht ihr denn nicht, dass das Gekritzel gut gezeichnet war? Oh! Da waren Schmetterlinge und Blumen! Es war schön! Wie bitte? Was? Was meinst du denn damit? Über die Busstrecken zu kritzeln ist verkehrt! Hm? Hm? Ich weiß! Ich meine nur, dass es schön aussah! Hm? Wie auch immer! Ruki und Pep wollen, dass wir es der Polizei melden, wenn wir den Verbrecher sehen! Ja, natürlich! Okay! Ein paar Tage später! Ah! Uff! Ah! Ah! Ich bin so müde! Pat! Wir können nicht nur die Gegend patrouillieren! Warten wir an dem Ort, den der Computer voraussagt! Ah! Du vertraust dem Computer mehr als mir! In Zeiten wie diesen müssen wir noch gründlicher suchen! Also bitte! Ah! Es scheint, als hätten Pat und Ruki den Verbrecher noch nicht geschnappt! Ruki! Huh? 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 Tayo! Tayo! Hm! Warum bist du nicht zurück zum Busdepot gefahren? Ich bin gerade auf dem Weg! Oh! Ruki! Hast du den Verbrecher schon geschnappt? Nein! Wir suchen noch, aber es ist nicht so einfach! Wir hätten ihn schon erwischt, wenn Pat auf mich gehört hätte! Was hast du gesagt? Auf den Computer zu hören und am Tatort zu warten, ist eine reine Zeitverschwendung! Überall zu suchen ist auch eine Zeitverschwendung! Und ermüdend! Pat? Ruki! Hm! Patrouliere allein! Ich mache es auf meine Art! Tayo! Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Äh! Ich? Hm! Mach was du willst! Ich werde die Straßen überwachen! Hm! Äh! Das sieht aber nicht gut aus! Oh! Tayo! Der kleine Bus! Hä? Äh! Danke, Tayo! Dann fahre ich jetzt! Okay! Oh! Oh, Pat und Ruki! Alles okay mit den beiden? Alle suchen nach dem Verbrecher! Oh! Das! Oh! Das ist unglaublich! Das ist der Verbrecher! Das muss sich Ruki melden! Aber was ist, wenn der Verbrecher in der Zwischenzeit entkommt? Oh! Tayo! Oh! Tayo, warum bist du so überrascht? Tsch! Sei still! Zieh mal da drüben! Oh! Ja, da, da! Oh! Das ist der Verbrecher! Also, Lani, ich hole jetzt Ruki! Okay? Lass den Verbrecher nicht entkommen! Ich? Wie? Oh, ich vertraue dir, Lani! Es gibt keinen anderen Weg! Oh! Oh! Überlass das mir! Dann fahre ich jetzt! Oh! Okay! Aber beeil dich! Hm! Ich schaff das! Ich regle das! Hm! Oh! Ah! Oh! Oh! So schöne Zeichnungen! Es ist so gut gezeichnet! Ich frage mich, wer das war! Das war bestimmt jemand Wunderbares! Hä? Die Zeichnung scheint noch nicht fertig zu sein! Es wäre schöner, wenn sie fertig wäre! Soll ich sie fertig zeichnen? Oh! Ah! Hab keine Angst! Mein Name ist Andi! Andi? Du hast das hier also gezeichnet? Ja! Meine Güte! Ich liebe diese Zeichnung! Sie ist so schön! Wirklich? Hahaha! Ähm, aber warum zeichnest du es über die Busstrecken? Eigentlich bin ich ein Künstler! Eine Kunstausstellung zu eröffnen kostet sehr viel Geld! So kann ich meine Zeichnungen niemandem zeigen! Deshalb zeichne ich seit Jahren an den Haltestellen! So können viele Leute meine Kunstwerke sehen! Oh! Verstehe! Aber du sollst trotzdem nicht über die Busstrecken zeichnen! Die Leute könnten deine Zeichnungen dafür hassen! Ja! Das stimmt! Hm! Es tut mir leid! Ich wollte nur, dass man meine Kunst sieht! Aber wieso zeichnest du denn nicht einfach woanders? Woanders? Lani! Danke, Tayo! Ein Polizist! Moment! Erkläre ihm deine Situation! Sofort anhalten! Sofort anhalten! Er ist Schnee! Oh nein, es tut mir leid. Bleiben Sie stehen! Es tut mir wirklich leid. Ihr Gekritzel hat eine Menge Probleme verursacht. Ich werde die Zeichnung selbst entfernen. Ja, das sollten Sie tun. Danke, Pat. Du hast den Tag gerettet. Du hattest... Du hattest recht, als du die Gegend patrouilliert hast. Nein, du warst die Rettung Rucki. Du hast den Verbrecher gefunden. Äh, eigentlich waren es die kleinen Busse, die ihn gesehen haben. Rucki! Pat! Oh, da kommen sie. Habt ihr ihn erwischt? Ja, mit eurer Hilfe. Das ist deine Erleichterung. Oh, du Rucki. Du siehst aus wie Rogi. Ja, die Farbe ist ähnlich. Was? Rogi? Andi! Hä? Pat! Rucki! Hallo! Wow, die Straßen sind schöner und das ist alles Andi zu verdanken. Danke. Ich bin ja so froh, dass jeder meine Kunst hier sehen kann. Das ist gut. Wir müssen los. Wir müssen viel patrouillieren. Okay. Rucki, kannst du die schnellste Route dorthin suchen? Klar. Wir können uns immer auf das Teamwork von Rucki und Pat verlassen. Sie sind ein wunderbares Team.